Hallo Leute, hier ist das Wird of Fox und Willkommen zu einem neuen Super Mario Mecca 2 Video. Heute mit PerfectFly, immer noch vom Susten Acker Phasen. Ja, letzte Woche hatte ich eigentlich das Snowville Heli angekündigt, aber ich dachte, ich bin nochmal durchgegangen und die zwei Löffel mache ich doch noch mit. Einfach nur für den logischen Ablauf. Ja, und das war PerfectFly. Ich war sogar paar Millisekunden langsamer. Schade. Ja, ich habe es aus Langeweile mal angespielt, weil ich wissen wollte, wie lange es überhaupt geht. Und für die Moral, einfach nur um sich gut zu fühlen, bevor man das Snowville Adventure anspielt. Einfach nur um sich gut zu fühlen. Einfach nur um sich gut zu fühlen. Oh, wie du das hingekriegt hast in drei Sekunden um vier, acht, eins Millisekunden. Jesus. How? Wie? 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 So. Nachdem wir jetzt gefühlt alles durchgeführt hatten. Bouncy Town hatten wir. Wir hatten PerfectFly. Just Love will ich definitiv nicht spielen. Es ist verständlich. Super Ball Pyramiden hatten wir die letzte Woche abgeschossen. Das hatten wir gerade eben. Zwingende 2D hatten wir auch schon. Jetzt Blink Blink Party auch noch. Snow Hill Adventure und ich kann wenigstens sagen, ich habe alle deine Level durchgespielt. Das macht Freude. Das Level aber nicht. Ich bin immer noch kein Freund von Schneewelten. Ich will lieber eine Wolkenwelt machen, als eine Schneewelte. Ja. Rutsch. Los. Grenn. Und ich hasse Eisblatt. Ja. Guck 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 gu Das ist zwei verschiedene Ebenen sind die komplett gleich aufgebaut sind Okay So Ich wollte den Pilz behalten oder muss los Allein die Stelle habe ich so ähnlich auch in einem meiner Level mal durchgebastelt Man sieht eigentlich richtig die Münze die was markiert Einfach nur als Bonuswissen Warum kann denn nichts schönes sein? Ich hasse Geister Ich hasse Geister Ich hasse sie Stimmt Ich habe immer noch nicht herausgefunden was der Schlüssel überhaupt macht Ich hasse Eis in meinen Augen Mein Herz fliegt schneller Wenn ich nochmal dieser Eisplateau sehe Denn es fliegt nämlich raus Kommt nie wieder Denn es ist ersprungen wie Eis Nice Hakuma Hakuma So Und nochmal Hüpf 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 Stehen bleiben Stehen Mitglied Stehen bleiben Stehen bleiben Stehen bleiben Und spring 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 als ob du diesen ich habe den schlüssel nicht mitgenommen wollte mich jetzt geht es weiter damit ah da warst du okay das heißt sterben das heißt sterben warte wie machte ich noch einen hekt nein so macht sich keine ja und jetzt gehts wieder weiter nein warum rutscht man immer auf diesen dreck so eklig aus hau ich will ich will weinen ich gehe mal runter ja funfeld ich bin ein wintermensch bedeutet soviel ich mag winter bloß nicht im spiel da mag ich ihn nicht sonst ich mag ich mag es heiße schokolade zu trinken mitten bei plus 40 grad auch moment das wasser ich möchte ein slush im winter trinken ja jetzt ich muss ich eigentlich auf den ding warten ich 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 The Horror, Donner's Liebling, Barry Funds! Wat ist das für euch? Ich habe es Dir gefreut, aber das nicht wahr ist. Ich habe es mir zu tun, weil es ein paar Teile ist. Ich habe es dir nicht mehr verraten, was ich nicht mehr verraten. Es ist eine dynasty, die Leidenschaft an den Augen der ab parties. Dann wurde es dir, ich schaufe und das nicht mehr was. Ich pass ganz dringlos. Es ist gefreut, dass ich... Moment mal, ist es geworden, dass ich auf den letzten warte und dann rausspringe und Master Ico gefunden. Ich sollte auch mal suchen. Er steht zur Freude, die man mir verblasst, und er steht schon nicht für mich. Ssssss, ich hatte verendet, ich habe mir Spaß, nein, ich hasse Eis. Im Video spielen gibt's ein schöneres Eis, hier ist das Eis. Geh ins Lagi und ich bin wieder glücklich. Moment mal, ist es soweit. La 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 la. Lass, ich bin ruhig, ich bin ruhig, ich bin ruhig, ich bin nur ganz schnell weg, you. Und zwar auf dem Express-Field. La 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 la. Ah Gott, meides, ich mag auch wieder. Okay, ich soll doch nicht warten, weil ich denn keinen Schuh mehr habe. Das ist Aids, dass die überhaupt diese Eisblöcke hieten dürfen. Ein Block nach rechts hat es besser getan. Ich meine ja nur, so die Sinterloch wäre angebracht. Auf der anderen Seite so weit auseinander. Das ist cheating, 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 cheating. Oh, jump, jump, jump. Jump, jump. Und warte geht's. Ich will jetzt noch in Krieg. Ich will jetzt noch in Krieg. Ich will jetzt noch in Krieg. Wer ist noch? Ich will jetzt noch in Krieg. ich kann doch noch denn ach so ich darf nicht warum ich liebe das ich hatte geister ich hatte sie immer alles Und ich will dieses Level endlich beendet. Wie? Wo? Wo darf ich suchen? Okay, aber ich spüre den Finale. Das Finale kommt. Ich spüre es. Ich fehl es. So, die Passage wieder. Ich liebe... äh... Man ru... Zwei... Zwei Absalpfen nebeneinander wäre auch nett gewesen. Just saying. Aber nur was ist ein Passage. Und ich weiß, dass ich selber keine Level bauen kann. Weil ich wirklich auf den absoluten Krampf baue. Au. Warte mal. Von der Flugbinde ja. Warte mal. Na... Beides zählt. Muss ich doch auch nach oben durch? Na. Definitiv nicht oben durch! Es sah so kurz aus, als ob es da Zeitblöcke gibt, wo ich durchschlüpfen könnte. Moment mal. Warte mal, ich mach doch einen Sprung, oh, ich würde gegen die Heißblöcke kommen. Also auch keine gute Idee. Wie, wo, wann, warum, ich will fragen, deshalb. So. Und runter, 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 hoch. Okay, ich glaube, ich breche das erstmal ab und versuche das irgendwann mal anders. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche in 7 Tagen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Lul. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.